Willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer Ausgabe. Es ist wieder soweit, Crossover steht an zwischen Wheelspin und CVR Broadway. Ja, Broadway das, was wir erst letzte Woche hatten und deswegen jetzt der direkte Vergleich mit Wheelspin, denn die Autos, das habe ich der Gruppe hier schon gesagt, die haben mir einfach letzte Woche gar nicht gefallen, vor allem bei den Cops, die Cop-Autos, das ging einfach gar nicht klar. Da muss mal jetzt was anderes her, da muss mal neuer Input her. Und deswegen noch mal herzlich willkommen zu einer weiteren Crossover-Folge. Wir kombinieren, ich wiederhole es nochmal, Wheelspin mit CVR Broadway. Und mit dabei heute haben wir Andi, Asit Byrne, Pluto-Kaskade, Timix, Lukas370Z, nur 24 Stunden Racer, Crapper, Fahe, Luca, Pingversen und Shinoa. Grüß euch. Hallo. 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 Ja, mit den Fahrzeugen, die jetzt schon hier stehen, könnte man arbeiten, aber wir drehen trotzdem noch mal lieber neu. Ja, wir drehen viermal oder wir haben vier Spins. Natürlich hat man auch den Joker-Spin, das heißt eins weniger wäre auch in Ordnung dann, aber vielleicht klappt es ja schon bei den ersten Vieren. Ich meine, in letzter Zeit habe ich ja wieder super viel Respin-Glück und deswegen brauche hier auch nicht mehr als vier Spins. Jetzt sieht doch schon wieder super aus hier. Ja, fängt gewohnt an. Bitte nicht. Ich notiere mir das mal. Es fängt schon direkt mit einem goldenen Fahrzeug an. Nein. Ich weiß jetzt schon, als ich den Joker ziehen werde. Ja, ich glaube, ich auch. Ah, wobei, 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 wobei. Ja stimmt, könnte noch sein, dass nur noch was anderes bei rauskommt, aber ich glaube nicht. Oh je, oh je. Der kann wieder was werden. Problem ist halt, also Problem, also das ist jetzt kein Problem, aber ja, okay, egal. Ähm, gucken wir mal. Ja, Joker, definitiv. Ja, ich nehme gerade nochmal den Joker. Ich nehme auch zum ersten Mal den Joker. Ich spiele nicht mit meinem Glück. Also noch mal drei Spins hier. Die können ja nur besser werden. Ordentliche Basis. Ich brauche jetzt einfach viel Geld, dann ist es okay. Oh nein. Nein. Oh Gott, ich hasse mein Leben. Jo. Wobei, doch, könnte reichen eigentlich, um was Cooles aufzubauen. Ja, ich ziehe mal kein Joker. Also nochmal kurz zu den Regeln, weil bei Crossover kombinieren wir ja ein bisschen die Einschränkungen zwischen CVR-Regeln und Wheelspin-Regeln. Sprich, ich kann jetzt nicht Wheelspin-typisch umbauen, was ich will bei den Fahrzeugen. Also wir haben natürlich, wir dürfen nur gewisse Reifen, wir dürfen nur gewisse Aero, beziehungsweise keine Aero verbauen. Also es gibt eine Ausnahme, die man verbauen darf, aber naja, das ist nicht so wichtig. Man darf nicht einfach auf Allrad umbauen und solche Geschichten. Also, naja, deswegen, man ist ein bisschen eingeschränkter bei der Crossover-Geschichte. Ähm, und deswegen bin ich jetzt gerade auch echt am überlegen, was ich machen kann. Ähm, trotzdem gilt dann aber die Wheelspin-Regel, wenn man ein Auto zieht, muss man das auch verwenden. Wenn man zwei Autos zieht, darf man es teurer, oder muss man es teurer verwenden, als günstiger für einen halben Preis. Ähm. Ja, aber ich glaube, ich, äh, ich bleib, glaube ich, normalerweise, doch, das passt schon. Ich bleib, aber ich dreh jetzt trotzdem dreimal, einfach mal, ne, was wäre, wenn, was wäre gewesen, wenn ich den Jokerspin gedreht hätte, was wäre rausgekommen. Ich hoffe, ich hasse mich nicht gleich dafür. Ich hasse mich dafür. Jetzt schon beim ersten Spin schon, ey. Beim ersten Spin hasse ich mich schon. Warum habe ich es nicht gemacht? Äh, 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 ich möchte mal ganz kurz erwähnen. Oh, Mann! Tatsächlich, vor der Aufnahme immer, dreh ich, wenn ich dran denke, einen Wheelspin, damit man, äh, also der erste Wheelspin, der Spezialist hat, ist ja immer gestriptet. Das war ein Reventon bei mir. Oh. Okay, okay, der dritte Spin des Nicht-Joker-Spins hätte es wahrscheinlich wieder ein bisschen schlechter gemacht. Okay, alles gut. Aber ich hab halt gerade 75.000 gezogen. 190.000! Ja, gut, das letzte Fahrzeug war dann X6. Also, X6 ist jetzt nicht schlecht, aber... Ja, mit dem Geld, was man davor halt gezogen hätte, hätte man vielleicht was anders hinbekommen können, aber ist egal. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Das, was ich hab, ist auch ganz cool, das werden wir auch gleich sehen. Ähm, ich würde aber sagen, jetzt an dieser Stelle, ähm, ja, wir gehen zurück zum Festival oder zum Häuschen, je nachdem. Ihr könnt da ja tunen, wo ihr wollt. Mit 15 Minuten hatten wir wieder Zeit, ganz normal, wie beim Wheelspin auch üblich. Auch vielleicht an die Zuschauer jetzt nochmal, die jetzt überhaupt immer noch nicht durchsteigen, was jetzt hier eigentlich gerade abgeht. Wir haben schon zwei, drei, zwei Crossovers gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir kombinieren halt einfach die zwei beliebsten Formate aktuell, Wheelspin mit CVR, beziehungsweise jetzt hier CVR Broadway. Ähm, wer beides getrennt voneinander nochmal sehen möchte, kann einfach letztes Wochenende reingucken oder im letzten Wochenende reingucken. Da haben wir Broadway normal gespielt, wie schon erwähnt. Wir haben auch Wheelspin mehr oder weniger normal gespielt. Wir haben da halt Goldig Edition gespielt, aber ist ja egal. Ähm, ja, war das auch schon mal so als Hinweis. So, wunderbar, ähm, ich würde sagen, bevor wir anfangen, ähm, move ich euch, uns mal raus. Ich glaub, will jemand nochmal in irgendeinen Extra-Channel gehen? Nein, nein, okay, dann nicht. Dann, äh, ja, viel Spaß euch. Bis gleich. Oh, bis gleich. Bis gleich. Bis sie einfach nein gesagt haben. Das war auch gar nicht ich oder so. Ja, ähm, okay, also, wir nehmen natürlich den, äh, Coontouch, der ist ein bisschen mehr wert. Zum Glück, der hat's nur so ein bisschen rumgerissen, weil auf dem Mercury Coupé hatte ich echt keinen Bock. Ja? So, äh, mal gucken, was wir da so rauskitzeln können. Äh, den hier müssen wir nehmen. So, äh, so, wir sind vom Leistungsindex wieder begrenzt. Einfach aus, ja, so ein bisschen Balancing-Gründen auf, äh, 876. Ganz komische Zahlen, aber mal gucken, was wir da halt so hinkriegen. Und Tuning-Budget, Hammer, äh, lass mich mal kurz gucken. 55, äh, 75, 77,5. 1000. Hammer. 77,5, 1000, ich glaub, da geht schon was. Äh, Motorwechsel können wir nicht machen. Ja, äh, das können wir aber machen, tatsächlich. Äh, und deswegen machen wir das auch. Andere Spexen dürfen wir nicht, wie schon gesagt. Das dürfen wir auch nicht. Und, ja, weil das bei der letzten Crossover-Folge so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Also, es gibt seit einiger Zeit eine Regel bei CVR-Formaten, dass die Forza Aero nicht erlaubt ist. Das hat, wir haben es ein bisschen blöd verkauft letztes Mal, weil wir halt gesagt haben, ja, optisch sieht es nicht so geil aus. Ja, sieht es auch oft nicht, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und hauptsächlich darf die Forza Aero in CVR-Format nicht mehr angepackt werden, weil dadurch Tunings entstehen, gerade auch seitens der Racer, die doch schon sehr gut sind und sehr stark sind. Also, das wurde halt ein bisschen ausgenutzt, diese Fähigkeit Aero anzubringen, ähm, was halt die Cops in der Regel nicht haben. Ja, ich weiß, jetzt hier bei diesem Wheelspin-Format ist die Regel eigentlich quasi vielleicht Quatsch, aber wir haben gesagt, nee, wenn wir die beiden Formate kombinieren, dann kombinieren wir halt natürlich auch die entsprechenden Regeln und natürlich auch die entsprechenden Beschränkungen. Ähm, und deswegen, ja, ist halt diese Regel auch bei der letzten Crossover-Folge schon mit drin gewesen, ist hier auch heute wieder, wir dürfen keine Forza Aero verbauen. Ja, das hat, wie gesagt, sagen wir mal, das heißt mal einfach ein bisschen blöd verkauft, das kam, glaube ich, ein bisschen dumm rüber. Ähm, aber ja, nur, dass ihr da auch schon mal nochmal Bescheid wisst. So, dann hier auf jeden Fall voll auf Aero gehen, äh, Aero gehen, auf Crip gehen, genau, voll auf Aero gehen, wie verboten ist. So, so, dann gucken wir mal, ich baue jetzt einfach mal rein, ich glaube, vom Budget her kommen wir da eh nicht hin und vom LI her, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich meine, immerhin haben wir schon mal einen Mittelmotor, er ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt erstmal für das Format. So, dann auf jeden Fall, uh, das macht richtig viel, der ist sogar gar nicht so schlecht vom Handlingwert, ne? So, das ist okay, kann man mit arbeiten. So, und jetzt nochmal, nochmal ein bisschen Leistung. Ich glaube, das bringt ja fast fürs Budget am meisten. Ja gut, das Geld ist eh nicht das Problem, also mit, mit über 70.000 hat man eigentlich immer gut ausgesorgt, würde ich behaupten. So, zwei LI dürfen wir noch verbauen. 876 haben wir als Beschränkung. Ja, guck mal, hier, perfekt. Und da können wir vielleicht noch, hier, sowas machen. Na, guck mal hier. So, haben wir noch, haben wir noch gut aufgebaut. So, jetzt brauchen wir eigentlich ja noch eine geile Farbe, oder? So weiß ist ja, gut, wir können ja schon am Cop-Design gucken. Es kann ja sein, dass wir gleich Cop sind, das ist ja noch nicht entschieden, das wird ja erst nach der Auto-Vorstellung quasi dann zugelost. Aber ich kann ja, können wir ja trotzdem schon mal gucken, ob es coole Cop-Designs gibt für den hier. Äh, Beschreibung. The police! Oh, jetzt war ein bisschen zu schnell geklickt. Ja, verdammt. Ja, haben wir da verhaftet. Ja, aktuelles Auto natürlich. Findet auf jeden Fall was. Vielleicht gibt's ja auch so eine coole italienische Design-Geschichte, aber ich seh jetzt auf den ersten Blick nichts. Kommt das hin? Kann das so sein? Ich weiß gar nicht, wie die italienischen Cops aussehen. Könnte das so hinkommen? Ja, aber es sieht eher japanisch aus, oder? Von den Schriftzeiten eher irgendwie. Äh. Okay. Ja, wir können natürlich auch so dieses klassische amerikanische Schwarz-Weiß machen natürlich dann. Wenn wir Cops sind, wissen wir natürlich nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Falle des Falles. Oder soll ich einfach mal nach Polizei suchen? Vielleicht hat jemand ein deutsches Design gemeint. Wer weiß, wer weiß. Was wir da so finden. Tatsächlich. Aber finde ich jetzt nicht so geil. Oder ich such mal richtig cool. Einfach Cop. Ah, guck mal an. Ja, okay. Okay. Ja. Hm. Ja. Egal. Wir fahren einfach mal Probe. Farbe können wir dann immer noch. Oder nee, wir ändern trotzdem mal die Farbe. Falls wir nicht. Hauptsinn, dann haben wir immerhin schon mal als Racer eine gute Farbe gewählt. Rot. Äh. Ich finde es rot irgendwie cool. Ich nehme rot. So. Ja, ich weiß, wir sind kein Ferrari. Aber ich habe gehört, auch andere Fahrzeuge und Marken können rot sein. Das muss nicht immer ein Ferrari sein. So. Dann machen wir mal Probefahrt. Gucken wir mal, wie sie es fährt. Und dann müssen wir noch ein bisschen einstellen. Allzu viel einstellen ist eh Quatsch bei CVR. Aber mal gucken. Also, nee, dann fühlt es sich ganz gut an. Aber wir fahren auch bis jetzt nur geradeaus. Deswegen mal gucken. Okay. Okay, wir machen die Telemetrie gleich. Hups. Aber ich stelle schon mal ein paar Sachen ein, die mir schon spontan auffallen. Also, erstmal machen wir Grundeinstellung, was den Reifendruck angeht. Dann Übersetzung würde ich erstmal so lassen. Vielleicht einen Ticken schneller. Aber, wobei, warte mal. Nee, wir lassen das mal ganz kurz so. Und den ersten Gang würde ich ganz gerne ein bisschen kürzer machen. Aber wenn wir dann doch mal Schaden haben, sind wir, glaube ich, ganz froh drum, wenn wir einen kürzeren Gang ein bisschen besser durchbeschleunigen können. Ähm, das machen wir gleich mal noch. Ein bisschen mehr Nachlauf schadet, glaube ich, nicht bei so einem Fahrzeug. Das machen wir einfach auch schon mal provisorisch ein bisschen runter. Stubbies, würde ich sagen, können wir ruhig vorne etwas weicher machen. Und dann würde ich ganz gerne, jetzt will ich gerade mal überlegen, wie ich das löse. Ähm, ich glaube, die Federn können wir fast schon, weil ich hier ein bisschen weicher. Aber ich würde insbesondere die Dämpfer etwas härter machen. Und gerade vorne auch. So, das können wir nicht. Bremse, machen wir mal ein bisschen. So, und Diff. Bisschen weniger Sperre. Gucken wir mal, wie sie es fährt. Gucken wir mal auf die Telemetrie. Aber man merkt schon das leichte Gewicht und das wenige Gewicht. Okay, interessant. Ich glaube, der verträgt sogar eine extremere Stabi-Einstellung. Ich glaube, damit können wir sogar arbeiten hier. Der hat ganz... Wir haben ja halt richtig schön breite Schlappen hinten. Deswegen, glaube ich, können die Reifen das alleine schon gut einfangen. Oder abfangen. Ja, vorne können wir ruhig. Ja. Okay, pass auf. Wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen vorne mal ein gutes Stück zurück. Da können wir das doch wieder ein bisschen härter machen. Und wir machen mal den hier noch. Okay. Okay. Bin ich doch wieder zu viel? Naja, manchmal ist das echt eine Spielerei. Eigentlich wollte ich nicht zu viel ins Detail einstellen. Gerade bei CVR einmal ein Schlag da vorne drauf. Ist eh die ganze Fahrwerkseinstellung dahin. Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, so lassen. Ja, jetzt vielleicht nochmal durch die Schnellkurve da vorne durch. Ja, ich lasse es mal so. Das passt schon. Ähm, wird schon schief gehen. Und deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. Und dann melde ich mich mit all den anderen wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was die so schönes aufbauen durften und aufgebaut haben. So, da stehen doch ein paar schöne Prachtexemplare. Und ich würde sagen, pass auf, Running Gag incoming. Wir beginnen doch mit dem gelben Lukas370Z. Spaß. Okay, nee, aber wir fangen wirklich bei Lukas370Z an. Äh, ja, ich hatte nicht den Joker genommen, auch wenn ich vorhin noch gesagt habe, dass ich ihn wahrscheinlich nehme. Aber ich habe ihn ja nicht dann genommen. Äh, 125K. Erst das 32er Ford Coupé. Dann das Mercury Coupé. Und dann Gott sei Dank noch dieser M4. Und ja, bis zur LI-Grenze aufgebaut. Mal schauen, wie er sich schlägt. Ja, ein M4-GTS ist auf jeden Fall ein sehr gutes Basisfahrzeug hier. Nur, es erhält nicht viel aus. Was ja gleich beim CVR-Part vielleicht noch entscheidend sein könnte. Also vielleicht bist du ja ein Coupé, dann kannst du sogar noch das Blaulicht montieren. Egal, ob es was im LI verhindert oder nicht. Das würde ich dir schenken. Zwecks, weil es geil ist. Das ist aber großartig. Aber vielleicht bist du kein Coupé, dann ist es eh hinfällig. So, egal. Es wird Böhren. Bisschen höher gelegt, ja. Ja, das ist Standard. In der Tat hat er schon ein Rennverwerk und ist tiefer. Oh Mann. Ja, ich habe mit den ersten drei Spins 180.000 gezogen. Und dachte mir, ah doch, das schaut gar nicht so schlecht aus. Und dann mit dem vierten Spin diese Huniken-Büchse hier. Und da dachte ich mir, ach so what, komm, ich probiere das einfach mal aus. Also habe ich einen absoluten Vollaufbau gemacht mit allem, was geht. Mit allem, was erlaubt ist und was geht. Und hatte noch, ich weiß nicht, ich glaube 106.000 vom Budget übrig von dem her. Mal gucken, was das heute bringt. Ja, schauen wir mal. Also mag er gar nicht, er kippt ganz gerne auf die Seite. Ja, also immer schön geradeaus zu fallen. Richtig. Timix! Ja, bei mir war es ein bisschen abenteuerlicher. Ich hatte zum ersten Mal Glück in den Wheelspin. Der erste Spin war 100.000, der zweite war die Millionen, der dritte war 20.000 und der vierte war 10.000. Boah, der dritte und vierte war richtig schlecht, dass du dich nicht schimpfst. Aber ich wollte es nicht so OP machen, dann dachte ich, ich nehme was Schönes, Altes und ja. Mal gucken, wie er sich schlägt. Oh ja, ich denke schon, ganz gut. So ein 9.59. Das kann schon was. Und Shinoa hat auch kein schlechtes Gefährt, wenn ich das richtig sehe. Ja, also ich habe den Jorker benutzt, also nur drei Spins, wobei 10.000, 50.000 und ein Pagani Zonder Air. Und worüber ich mich erst fünf Minuten lang gefreut habe, dass ich den dann benutzen kann. Aber mich die anderen dann darauf zugewiesen haben, dass das ein Extreme Tracktry ist. Und ich dann schnell halt noch was finden musste und ja. Ja, in der Eile der Not noch schnell was aufgebaut. Weil ich dann durch den Zonder irgendwie hunderte von tausend von Euro halt hatte, Ingame-Money, habe ich mir halt das hier gekauft und zum AI schnell geprügelt. Ja, das war's. Ja, um da nämlich kurz auch nochmal einzuhalten, also diese Crossover-Geschichte. Im Prinzip sind die eigentlich schon auch ein bisschen kompliziert, weil man nimmt halt aus beiden Regelwerken beides zusammen. Man hat halt viele Einschränkungen, aber halt natürlich auch viel Spaß nachher dann. Und irgendwo muss man sie auch balancen, ne? Sonst funktioniert nachher der CVR-Part nicht. Aber es gibt ja die Regel, dass wenn man ein Auto zieht, was über diese maximale LI ist, was wir ja gesagt haben mit diesen 876, dann darf man das Auto auch verwenden. Man darf es nur dann nicht weiter tunen. Also fein einstellen, ja, aber nicht mehr weiter tunen. Aber dann, dass ist nämlich jetzt Chinoa passiert, nachdem er sich erst gefreut hat. Trotzdem gibt es ja aber die Wheelspin-Regel wiederum, dass Extreme Tracktoys verboten sind. Und deswegen, ja, da wurde ich auch darauf hingewiesen, in der letzten Wheelspin-Folge ist irgendjemand auch mit einem Extreme Tracktoys gefahren. Und wir haben es gar nicht gemerkt. Aber ja, der hatte Glück gehabt. Man kann es ja mal versuchen. Also hättest du es versuchen können, wenn ich so ein Andi nicht gemerkt habe und keiner der anderen hätte es gepetzt. Hättest du vielleicht, ne? Aber ja, egal. Machen wir weiter. Pingen wir erst. Ja, ich hatte zweimal 10.000, dann einen schönen 160.000 und dann drehe ich und dann kommt die Anglia. Dann ist der so knapp an der Anglia vorbei, dass ich mir fast dachte, ich muss die nehmen. Ja gut, hat dann noch auf 10.000 umgesprungen. Dann habe ich mir den RS4 gekauft und ja, alles reingebaut, was ich so konnte. Also ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn er trotzdem die Anglia dann gekauft hätte. Also gerade so gegen das Schicksal. Ich bin gerade dran vorbeigeschossen. Ich wollte trotzdem haben, deswegen habe ich sie gekauft. Ja, genau. So, jetzt haben wir aber nur 24 Stunden Racer. Genau, also die ersten vier Spins hatte ich tatsächlich ausnahmsweise mal Pech. Das ist ja bei mir eher selten. Aber mit dem Gamblen hat es dann eben für diesen Nissan, also das habe ich als Auto gezogen und einen Haufen Geld und dann eigentlich Haufen Leistung rein. 400 Schafter, laut Theorie. Ausgefahren bin ich sie noch nicht, aber mal schauen, ob das nachher noch kommt. Ja, und nur 24 Stunden Racer möchte natürlich auch euch wieder ein bisschen was zu den Regeln beitbringen. Ich habe es zwar gerade eben schon mal gesagt, ja, die Anbauteile hier sind erlaubt, weil sie keine Forza-Teile sind. Alles von Nismo, habe ich doch auch geachtet. Ja, perfekt. So, und ich habe schon mal die Klappscheinwerfer ausgefahren. Das heißt, ich bin im Angriffsmodus. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Mercury-Coupé als erstes gezogen. Deswegen gleich meinen Freudenschrei am Anfang, weil der hätte extrem Bock gehabt, den natürlich zu fahren. Aber leider musste ich natürlich noch diesen 110.000 beziehungsweise 220.000 Credit-teuren Coontouch ziehen und musste leider mit dem jetzt auskommen. Das ist sehr schade. Ja, ich hatte noch knapp dann irgendwas mit 70.000 Tuning-Budget, was ich bei weitem nicht ausgereizt habe, weil ich dann einfach auch an der NI-Grenze war für heute. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen. So, da war ich die Klappscheinwerfer wieder ein. Bei mir steht es sogar gar nicht da, also stellt euch vor, dass es einen Grund hat. Achso, Entschuldigung, stimmt. Jetzt habe ich selber vergessen. Hier, jetzt. Und jetzt seht ihr aber leider die Klappscheinwerfer. Die sind schon leider wieder eingefahren. Das war gerade bei mir echt lustig. Ich bin dran, Klappscheinwerfer fahren aus. Ich bin fertig, Klappscheinwerfer fahren ein. Egal, machen wir weiter. Pluto, bitte. Jo, also ich hatte über die vier Spins insgesamt 150.000 Credits zur Verfügung. Hatte dann erst ein paar andere Autos im Kopf und auch geguckt, bis ich dann gemerkt habe, entweder sie sind verboten oder sie haben Offroad-Reifen, standardmäßig. Und letztendlich bin ich dann doch hier bei dem Porsche gelandet. Alrighty. Der ja nicht schlecht ist. Luca. Ja, ich hatte eigentlich um die 150.000, wollte dann aber den Joker nutzen und dann kamen die Corvette hier und 20.000 und ja, ich glaube, man sieht es am Ali. Ja, weiter geht es. Ich sehe es noch nicht, aber okay. Das ist 760, glaube ich. Okay, Marco. Creper. Ja, also um die 300.000 Credits gezogen und die Silvia also das einzig Logische gemacht und da im Grunde alles reingebaut, was ich konnte. Und Rocket Bunny geht auch oft mal bei mir, das durften wir ja, aber RWD gelassen, weil wir durften kein RWD-Swap machen und jetzt habe ich im Grunde einen Drifter. Und du fährst fast auf den Felgen, weil so viel Reifenflanke ist er, glaube ich, gar nicht mehr. Ja. Ja, aber mal gucken, mal gucken. Ja, wird wahrscheinlich ein sehr direktes Fahrverhalten sein, aber muss ja nichts Schlechtes bedeuten. So, und Fahe, entweder hat er das jetzt gerade mit der Sleeper Edition verwechselt, sofern man das bei dem BMW als Sleeper verkaufen kann, aber das Fahrzeug sieht sehr ungetuned aus. Ist das so, oder drügt der Schein? Ich sage mal nichts dazu. Ja, okay. Ja, sehr unspektakulär. Ich sage mal so viel 135.000 für das Tuning. Da liegt was unter der Haube, aber... Ja. Aber das verraten wir an der Stelle noch nicht. Genau. Ja, Rocket Bunny Kit wollte ich jetzt mal nicht montieren, weil es meiner Meinung nach nicht ganz so geil aussieht, aber sonst, ja, Leistung und etwas Handling was kriegen. Ja, sollte reichen. Okay. Ja, ist so ein geht doch auch. So, und ja, zu guter Letzt, Andi. Ja, ich hatte einen Focus RS von 2009, ich hatte einen Golf 2 GTI oder irgendwas in die Richtung, keine Ahnung, und einen Voxor Lotus Carlton eben, das heißt, ich hatte, also ich habe den Jogger genommen, habe ich ja gesagt, deswegen nur die drei, hatte dann für den Voxor hier eben 22.500 Credits zur Verfügung, habe das Ding irgendwie in S1 reingehebt und viel mehr ging dann leider nicht. Okay. Ja, aber ist doch eine gute Basis. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Mischung. Bevor wir jetzt allerdings zum zweiten Teil kommen und entsprechend eine Runde CVR Broadway spielen, gibt es natürlich trotzdem noch das Track Race und weil wir jetzt hier natürlich schon auf dem Track Strip am Festival stehen, fahren wir natürlich das Track Race am Festival und Pluto, du darfst gerne erstellen. Ja. Denn ich bin leider kein Leader. Nein, alles gut, das kann Pluto auch, glaube ich. Da glaube ich ganz fest dran. Sicher? Ja, schon. Aber ist Pluto nicht auch noch Rookie? Also, der war doch noch nicht so oft dabei. Weißt du überhaupt, wie man denn Veranstaltungen erstellt? Nee, nicht ganz. Okay. Also. Du gehst auf, Veranstaltungen erstellen, Wheelspin Track Strip Race akzeptieren. Ja, perfekt. So läuft es. Ja, Herbst hat er genommen. Das geht ab. Ah, jetzt habe ich ausgesehen Bugatti genommen. Ah, das ist schade. Ah, das ist schade. Wie war das nochmal die Regel besagt? Alle Aufnehmenden durften jetzt nochmal das Auto wechseln, oder? Genau, das ist die neue Switched Edition. Gilt nur für Aufnehmende. Und die dürfen dann aber nicht mit einem anderen Spieler switchen, sondern einfach mit irgendeinem Auto. Irgendwas aus dem Fuhrpark. Ja, genau. Aber ich habe heute Lust auf das da. Wo ist der ITA nochmal? Ja, genau. So, da bin ich auch mal gespannt. Ja, wobei, ich glaube, wir haben jetzt so viel Allrad haben wir dann gar nicht heute. Also, es ist schon sehr, sehr hinterradantriebslastig. Was ja sehr cool ist. Macht es ja bestimmt auch sehr interessant und spannend. Weil, machen wir uns nichts vor. Allrad ist nach wie vor, ähm, schon ein guter Schlüssel, um Spaß und Erfolg zu haben. Wobei, Spaß ist jetzt relativ, aber halt, um Erfolg zu haben. Spaß kann man damit auch haben. Ja, ja, Spaß, klar. Also, Spaß kann man gerade mit dem Antrieb sogar, je nachdem, sogar noch mehr haben. Weil es halt auch eine andere Challenge ist. Und er ist vorbei. Wir merken uns, wir haben nur ein einziges 9-Sekunden-Auto. Der Rest ist leider nicht mehr dabei bei Fast and the Furious. Tut mir leid. Ich habe leider keine Rolle für euch im nächsten Teil in Fast and the Furious 17. Die anderen sind schon abgedreht, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Komm alle nächstes Jahr ins Kino. Jeden Monat einer. So, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle, äh, das war's mit dem Wheelspin-Teil. Jetzt kommt der Cops vs. Racer-Teil. Und da wir jetzt aber noch nicht wissen, wer Cop und wer Racer ist, müssen wir das jetzt noch schnell entscheiden. Und deswegen würde ich einfach sagen, nach einem kurzen Cut wissen wir mehr. Und dann starten wir auch mehr oder weniger direkt in die Cops vs. Racer-Runde rein. So, der Zufalls-Generator hat zugeschlagen und auf seitens der Racer-Hammer Pluto, Crapper, Luca, Pingversen und wie ihr seht, den Coontouch, also ich. Und, äh, ja. Ja, der Rest halt bei den Cops. Die haben jetzt auch alle ein schönes Cop-Design drauf gemacht. Ich finde vor allem, der M4 hat ein sehr, sehr schönes Cop-Design ausgesucht. Also, wer das erstellt hat, der, der, der hat's drauf, ja. Boah, Eigenlob stinkt so zum Himmel. Ja, aber da haben wir ein paar coole Designs auf jeden Fall mit dabei. Auch guck mal hier, so japanisches Cop-Design ist doch cool. Deutsches Cop-Design auch am Start. Ja, okay. Ist doch, ist doch cool. Wunderbar. Aber ich würde sagen, wir wollen gar nicht länger verweilen. Die Autos haben wir ja im Detail gerade eben schon vorgestellt. Deswegen geben wir einfach mal das Startsignal an die Cops weiter. Und es geht los in 3, 2, 1, go! Noch einen schönen Donut hingelegt, damit die einen Grund haben, mich zu verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Weil Donuts sind in Großbritannien verboten. Ja, das ist Warbing. Nachdem die amerikanischen Cops alle Donuts für sich beansprucht haben, haben die britischen Cops gesagt, nee, Donuts gibt's bei uns nicht. Das ist kriminell. Wird verhaftet. Weder zum Essen noch zum auf der Straße ziehen. Auch gut, dass mir jetzt auffällt, dass der lenken kann er nicht. Lenken kann er nicht, okay. Ja, wir lenken. Lenken wird überwertet. Aber ist der. Und auch der Schlepp. Top Speed ist das, was man braucht. So. Und es geht los in 3, 2, 1, go! Die Jagd beginnt. Spür dir den Druck. Bitte lass es nicht schief gehen. Ich bin direkt am Dragstrip. Ähm. Ja, das ist ein Risky-Move. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja, ich war auf dem Offroad-Weg. Hinterherfahren. Achso, das ist nochmal auch für die Zuschauer als Info, aber auch natürlich an die Mitspieler, falls sie es vergessen haben. Also Offroad-Wege sind erlaubt, aber wir sind dazu angehalten, nicht da lange drin zu verweilen, sondern reinzufahren. Und dann, wenn ihr geht, auf dem möglichst schnellen Weg wieder raus. Ja, das war es. Frontal-Gegenbau. Vielen Dank. Ich bin gegenseitig ausgeschaltet. Das ist doch meine Aufgabe, die Racer auszuschalten. Ja, Leute, also 70% Motor gewinnt. Ja, offen. Also einerseits sorry, andererseits links fahren doch, oder? Ich bin erst links gefahren, da war da ein weißer Porsche. Ja, richtig. Ich bin auch links gefahren. Immer diese weißen Porsche-Fahrer, ey. Ach, du Scheiße. Ja, gut. Oh, da war ein Kopf. Wo? Ich denke, ich hätte gerade fast geteboned. Und was los? Oh, mal Offroad testen. Ich habe den gar nicht hier getestet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich Cop werde und das nie brauche. Ja, keiner von euch ist der Antienstraße Richtung Fluss. Nein, ich habe einen Cop am Arsch. Ich brauche, ey. Ach, du warst das. Geh weg, Porsche. Ja, hier ist nicht nur ein Porsche hinterher, glaube ich. Ich habe nur einen kleinen Sprung genommen und einfach mal vorne alles schon zerlegt, ey. Also Sprungtauglich ist der nicht. Zimmig ist weiter, glaube ich, die 959, oder? Ja. Ja. Ja, super. Ja, der 959 ist, glaube ich, so ziemlich der Endgegner heute. Ja. Das ist Prisica. Heckmotor. Alter, da ist der Gallardo. Er sieht mich aber nicht. Das ist so gut. Dann habe ich mich eigentlich für ein rotes Design entschieden. Jetzt fällt mir gerade so im Nachgang wieder ein, wie dumm das eigentlich war. Das ist ja voll auffällig. Aber er hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Ähm, der Gallardo ist bei dem Dreieck bei den Seventeen übrigens. Ah ja, der 370Z war gerade Fußstraße und ich bin ihn gerade halb knapp ausgewichen. Ja, wo? Ich glaube, der ist auf dem Weg zum, äh... Ja. A. Moin? Wahrscheinlich zum... Moin. Der Porsche ist in unserem Team, ne? Ja, hi, hi. Wir haben zwei Porsches, also der 911 war es in unserem Team. Ja. Der 959, eher nicht so. Der ist gegen mich. Den habe ich schon vor mir jetzt gerade. Du fährst nicht gerade zufängig die Flüchtstraße entlang, oder? Nee, Koala Richtung Whitehorse von Vorstell 3 Komet. Daniel, das ist gut. Da habe ich noch ein 370Z und da kommt was Schönes entgegen. Ich weiß, den hatte... Der ist mir... Der wäre mir fast von vorne raufgefahren. Schweres Deutsch. Hat jemand einen Thought drin? Ja, Koala fahre ich jetzt hoch Richtung Mühle Filmstudio bin ich jetzt. Und dann Richtung Froschway, oder? Nein, dann Richtung Kaffee, wenn sie mich dort abbiegen lassen. Okay. Oh, ich bin in deiner Nähe. Ich bin jetzt vorbeifahren und dann bin ich tot oder ich hau einfach hier ab. Oh, vor mir ist irgendwas. Ne, ein dritter Porsche. Wie viele Porsches haben wir dann auch wieder? Nein, Baum. 60 Prozent im Motor. Ja, ja, wir haben zwei Lambos. Zwei Porsches. Den Porsche hast du halt keine Chance, man. Bin ich noch auf der Map? Ja, gut. Boah, ich muss meine Brücke noch absolvieren. Schnell zur Brücke fahren. Pflicht als Racer. Oh, da kam noch was dagegen. Ich glaube, das war der RS-6. Äh, RS-4. RS-4, ja. Ich glaube, ich fahre mal Richtung Ampelside. Da sollt ihr gerade ruhig sein. Ja, ruhiger auf jeden Fall. Ja, das ist was Schnelles. Ja, das ist was Schnelles. Moin. Moin. Gut, wie schnell hast du mich schon ausgebauscht? Ich bin in Dreieck-Richtung geworden unterwegs, falls jetzt keiner von euch. Ich bin Gott voll fährt. Ich bin am Mühlenblitzer und sie setzen mich hier gerade. Oh, shit. Mühlenblitzer. Äh, der Lambo ist Koala-Förer. Äh, gut, sie haben mich am Mühlenblitzer. Ja, aber du hast immerhin vier Minuten durchgehalten. Ich erinnere an die letztwöchige Broadway-Folge, da hatten wir nach vier Minuten schon zwei Racer. Also, alles gut. Boah, das ist ja ein Kopf. Wo bist du? Voll am Tag träumen. Äh, Serpentinen noch vor der Driftzone quasi. Aber Richtung Flussseite. Okay. Wo ist die? Hetzlitzschlaßen. 38. 80% Motor. Läuft. Ja, das sieht es. Macht Spaß, wenn du den 959 rankkriegst. Der ist nämlich ein bisschen schnell. Hm. Und das lang einem Baum und einem Lambo. Das war dein M4 übrigens, der. Das ist das einzige Fahrzeug, was so tüchiges Kopffahrzeug ist von uns. Und den erkenne ich natürlich viel zu spät. Da ist ein Kopf hinter dir? Oh ja, was ist denn das für einer? Ich weiß, ich bin nicht satt. Das wird nicht besser. Ich habe einen Top Speed von 120. Wie soll ich denn abhängen? Irgendwas ist da gerade an mir vorbei. Aber ich weiß nicht, ob es ist ein Kopf oder ein Freund. Oder keine Ahnung, was war. Ich habe gesagt nur Sophie, das war ganz schön knapp. Ich erkenne, was du bist. Niemand hat einen Ambulse. Richtig. Achso. Mit Verfolgung. Dann war es, keine Ahnung. Ich habe Schweikopps hier. Das kann doch nicht sein. Ja, woher lang fährst du jetzt? Das. Oh Gott. Ähm. Bis zur Unendlichkeit. Ja, ich fang gerade an der südlichen Brücke. Hm? Abwärts. Das war ich ja wieder bei der Brücke nicht. Ich muss doch wieder zurück. Der Lotus ist auf der Festivalstraße. Ja, und du kannst mir helfen. Äh, was? Nee, Festival. Aber ich werde angeschoben. Das ist schon mal sehr nett. Ja. Freunde und Helfer. Fuck. Man merkt richtig, die Reifen sind zu gut. Ähm, kurze Frage. Wie viel Prozent ist man raus? 90. Ja, gut, dann bin ich raus. Das war der 99. Also 99, ihr Festival. Ich habe 3.99. Sag das doch nicht zu mir. Bitte, hab ich verfolgen. Ich sehe irgendwie weg aus diesem Eck hier. Gönn keine Gops. Also hat jetzt, hat jemand auch noch Verfolgung oder? Maybe. Wenn die mich gesehen haben. Nee. Also keine aktive. Okay. Ja, ich habe der Porsche halt auch nicht wirklich umgedreht. Aber wenn dann zu spät. Ich, das Problem ist, ich habe halt übelst einen Leichtbau hier drin. Ich glaube halt einfach so einen direkten Duellen schicken die mich halt einfach überall hin. Weil so richtig Schwergewichte sind jetzt auch nicht dabei, ne? Weil dann, gut, der RS4 vielleicht. Ich hatte mir erst in 4C überlegt. Nur da hätte ich Gewichtsreduzierung reinpacken müssen und irgendwie so gerade 800 Kilo war mir dann doch zu wenig. Ja, du bist ja, als Cop-Type ist sie nicht aus und als Racer, ja, bist du der Punching Ball schlechthin. Dann hatte ich mir erst noch einen MG Metro überlegt, aber der hat Offroad-Reifen. Das stimmt. Und dann wutzelt die irgendwann auch der Porsche. Jetzt muss ich das mal langsam fahren. Wäre ich bei meinen ersten Mühelspins geblieben, hätte ich mir ein GT-R zum Beispiel holen können. Ja, für 35. Wäre von der, in der Serie schon gewesen. Ja, aber auf der Leistungsgelassung, wie wir jetzt gerade sind, ist der sogar noch ganz gut dann. Ja, und von dem wäre halt Serie schon 820 gewesen. Bin jetzt mit einer 760 gefahren. Löffel springen. So. Da kommen die Flammen raus. Häää! Ich hoffe, er lebt noch. Oh! Wenn da so ein komischer Bel-Air auf dich zufällt. Wobei, eigentlich war es schon interessant gewesen, weil der so hochgebockt ist und ich ja schon echt eine Rampenform habe. Mit dem Cooltouch. Ich glaube, der wäre ziemlich gut weggeflogen. Porsche, bin ich alles okay? Ja, wir haben bei, also bei mir haben wir uns wohl gestriffen. Ja, bei mir auch. Ich wollte nur fragen, dass wir uns völlig kaputt gemacht haben. Aber exakt hinter der Kurve versteckt. Ja, das war blöd. Ich glaube, ich bin jetzt an der Whitehorse. Ich hoffe, das ist ein Moment. Hast du eine Verfolge? Ich denke nicht, dass der Bel-Air hinterher kommt. Bel-Air. Ja, das ist doch ein Bel-Air, oder? Ja. Ja. Beide umgekehrt. Der Schiff. Ich muss einmal in die Brücke. Ich hoffe, das riechen die nicht, aber ich nehme diesmal die nördliche Brücke. Ja, das war in der letzten Runde, oder letzte Woche war auch noch mal eine Vermutung, ganz am Ende, dass du noch mal eine Brücke fahren willst. Achso, nee, nee, nee. Ich habe das schon erledigt gehabt. Ganz am Anfang bin ich hier wieder hingefahren. Ich habe es direkt abgehakt. Lotus im Dropway gerade gesichtet. Das sah gerade aus wie England in den 90ern. Mit dem Design. So, einmal bis ans Ende fahren. Bis ins erlaubte Gebiet. Und jetzt eine klassische Wende machen. Mit der Anbremse. Und wieder zurück. Nein, da fährt was. Das ist hoffentlich kein Cop. Das ist kein Cop. Nee, das ist kein Cop. Oder? Im Dropway habe ich ein... Doch, das ist ein Cop! Er hat mich einfach in Flagranti auf der Brücke erwischt. Okay, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Oh! Er war dabei. Das klingt nicht besser. Ja, wo? Äh, auch wo, weil die sind ja versichert. Die wollen mich. Die wollen dich, ne? Mhm. Ja, wie viele leben da noch von uns? Alle? Ach, nee, eine ist ja. Nee, nee, nee. Zwei sind schon raus. Einer hat ja Motorschaden komplett gehabt und einer wurde festgesetzt. Drei Stück. Sie sind noch am Leben. Ja, cool. Ich muss echt die Sprünge nicht mitnehmen. Die Sprünge mag er nicht. Warum fahr ich eigentlich so viel Schotter, ey? Eigentlich... Eigentlich hier am Fluss fahren ist genauso blöd. Aber, ups, es ist halt, es ist. Hier können sie dich halt super einfach ins Wasser drücken. Auch wenn das letzte Woche gar nicht so gut geklappt hat. Einmal, da haben sich ja drei Cops ins Wasser gestickt und der Racer nicht. Ja. Das war ein bisschen doof, aber gut. No risk, no fun und so, ne? Kennen wir ja das Spiel. Also, Ampelside ist ja keiner von euch. Nee, aber ich hab... Ich bin gerade im kleinen Rohr von Files Richtung Baustellen-Dreieck und... Ja, Port Raider wahrscheinlich. Bist du dir sicher, wo noch an dir dran ist? Warum? Also, ich glaube, ich habe alle Cops bis jetzt abgehangen. Die versucht haben, die Verfolgung mit aufzunehmen. Ich glaube, mein Fahrzeug ist auch richtig, richtig gut, Herr Kunthatsch. Das Problem ist nur, wenn ich in der Verfolgung dann mal bin. Also, wenn es dann wirklich ums Gerangel geht. Ich glaube, da ist der größte... Nein, der soll ich dran! Wie? Wie bist du denn hier abgeblieben? Ey! Ja, wo bist du mit der Verfolgung? Ich habe keinen Griff. Wo bist du? In Offroad, wegen... Neben dem Festival. Also, so, ich glaube, süd... Westlich, wenn mich das nicht alles täuscht. Ach Gott, äh... Ja, da bin ich ja ganz dumm. Nein, ich muss gleich absolut wieder auf die Straße, weil sonst ist... Äh, tot. Ja, fährst du da jetzt Richtung Goliath? Ja, ja, genau. Ich fahre hier jetzt diese komische kleine Offroad-Strecke, die man am Anfang gefahren ist. Richtung Parkplatz. Ah, okay, ja. Verstehst du? Regenbogen! Na komm, drift in 959! Drift mit mir! Oh Gott, das Auto kann gar nichts. Nicht so'n Drift-Laune, wie's ausschaut. Ich hab' meinen Kopfball gegen den Baum gehauen, wegen seiner eigenen Doofheit. Nice. Oh, das... Da, da, da ist... Steh' da einfach an der Corvette C8, das ist bestimmt Andi, da haben wir keinen Bock mehr gehabt auf sein... ...sein Lotus. Da ist... ...die deutsche Polizei ja auch direkt da. Ah, da ist was. Was ist das? Okay, nee, das ist Falsch, Alter. Ja, bist du? Ja, ich bin Broadway. Ach gut. Aber es war einfach nur ein Zivilist. Aber der ist so schnell an die Kreuzung ran gefahren. Manchmal fahren die einfach so mit Fullspeed hin und machen einfach mal so eine Vollstände. Ey! Jetzt lass mich doch raus aus dem Offroad. Ich hab' keinen Bock mehr auf Offroad. Oh Gott, ey. Kommt einfach so eine Viper entgegen gedriftet, ey. Bei Omas Garten, so ums Eck. Denk so, was ist jetzt los? Ja, 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 ja. Da ist ein Weg offen. Nein, nein, nein. Komm! Raus! Ja, das ist mittlerweile schon 50 Sekunden-Crapper. Ja, nee, nee, ich versuch... Ja, jetzt, glaub ich, oder? Ja, jetzt haben die mich. Nee, nee, das... Ich hab mich grad noch die ganze Zeit irgendwie... ...gespinnt, grad um 360 Grad, und die haben versucht, die ganze Zeit nachzurücken, weil jetzt haben die mich. Schade. Wo genau haben sie dich bekommen? Äh, bei der Offroad-Schrecke, beim Parkplaster, diese erste Offroad-Schrecke, die man fährt. Okay, dann hoffe ich jetzt mal, dass die meisten sich davon wegporten und nicht davon wegfahren. Ich hatte nur 30... Ich hatte nur 20% Motor, das ist unfair. Ja, gut, das... ...gibt's ja manchmal. Ja. Hast du noch 5-6 Minuten, oder? Mmmh... Noch 5,5, ja, bis Oberteil. Ja. Boah, Mann, warum kommen so viele andere schnell... Es ist eh, mir bleibt grad immer das Herz stehen. Das heißt, es sind nur noch Pluto und Ray unterwegs, oder? Ja. Ja, Mann, die Mittelmotor-Eggmotor-Connection jetzt am Start. Ich fahr da jetzt einfach hin, wo du grad warst. Die Hoffnung, dass die sich alle weggeportet haben. Also, die meisten hab ich nicht noch berührt, nur der 959 und der 370-Set-Bump, die wahrscheinlich weggeportet. Der Rest hatte halt gar keinen Schaden. Sag zu mir, jetzt... Oh, oh, Alter! War das knapp? War das knapp? Leck mich aber an! Ja. Ich glaub... Okay, wenn du Urus bist, dann... Ja, ich fahr jetzt Goliath gerade. Also... Gefahr, dass mir irgendwas gleich nochmal entgegenkommt, ist da, aber... Ich kann jetzt nicht schon wieder so eine Ninja-Taktik machen wie letztes Mal. Bekommen was entgegen, ich bin ausgewichen. Ja, aktuell hab ich noch mehr Klug als verstanden, aber... Ich beschrei's gerade, und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt gleich irgendwo im Wasser lande, oder so. Ich fahr jetzt einfach durch Ambulseid, easy going, oder? Gehört... Da ist man sicher. Ja, da ist grad ein Lambo in mir entgegengekommen. Darf ich's freuen, dass ich da hinten der Cops ganz doll auch lieb gehabt hab? Was meinste? Da hatten sich grad zwei Cops ganz doll auch lieb. Hinter dir irgendwo. Wie dürfen die die sich haben? Ja. Solange sie mich nur so lieb haben, dass sie mich in Ruhe lassen, ist okay. Hab ich nix dagegen. Oh Gott! Ja, Cops, nee, fast... Was wird jetzt hier Lust abzuhören? Scheiße, er hat's gesehen! Er hat's gesehen, verdammt! Oh nein, jetzt auch noch. Oh Gott, natürlich. Versuch mal's wert. Ähm, was ist denn hinter dir? Ey, ich hab'n Galliado. Ich hab'n Galliado am Start. Ja, ich hab'n so 1,959. Der sich selber umbringt. Der hat heute irgendwie so'n Drang, dass du glaub' ich... Da fehlt die Erfahrung, oder? Der Galliado ist das Gefühl schneller. Das mag ich nicht, find' ich nicht cool. Bei der Drohne hinterher. Bei Rail hat man jetzt Lambo gegen Lambo. Bei Pluto hat man jetzt Mord gegen Mord. Du meinst, Porsche gegen Porsche. Mord gegen Porsche, meinste? Und Porsche gegen Porsche. Das sind zu sehr aufgeraden. So viel wollte ich gar nicht ausreichen. Zumal das Ding viel zu flach ist. Ich hab' ihn zwar ein bisschen höher gelegt, aber... Das Festival hab' ich eigentlich eh'n Pänen! das Festival hab' ich eh'n Pänen! Das Festival hab' ich eh'n Pänen! Das Festival hab' ich eigentlich eh'n Pänen! No! ... V Messi einhöhlen! Dieser kleine Streifschuss hat mir 1% Noterfolge gemacht! Ja der Galliado ist halt schneller, ey! Dieser kleine Streifschuss, warum hat er soviel ausgemacht? Ich versteh's nicht! Also Rail對 他 ist auch ne Pänen国. Na ja ich hab' quatt' ne Schapozig und scha' ne Spä Sellres. zerstört hat den mehr wer getan wie mir also ich habe ziemlich viele an der backe ich habe die 99 mal an mir dran ja die versuchen wahrscheinlich dich bis zur oberteilen folgen oder so also ich halte 70 ich habe ja du und noch viele andere glaube ich an mir dran im vier der mich nicht trifft wobei er ist eh tot wenn der mich trifft ist er eh tot also der m4 hält halt nix aus das problem ist jetzt halt dass meine vorderachse komplett schrott ist deswegen glaube ich dass ich jetzt keine kur ja ja gar nicht mehr schnell um die kohle kommen ich werde mit der drohne hinterher zu kommen sollen sich ein bisschen gegenseitig haben das ist immer so ein bisschen der nachteil wenn man als cop spielt das ist zwar immer frustrierend aber es ist echt halt immer so wenn zwei cops zusammen oder mehr zusammen sind man drängt sich immer fast mehr selber ab verdammt Andi was macht er was machen Andi zu spät reagiert mein fehler noch mal einer so ein running gag der typ das müssen wir nachher unbedingt noch machen in der folge diese diese anlauf und dann gucken was passiert gut der ist ja schlimmer als der 4,5 sind bei top tier mit dem naja das war nicht mal der tier das war der blind robin der die ganze Zeit umgekippt ist ne so wir haben gleich overtime aber wie mag ich wie ich halt weiß ich nicht fuck der gejado ist nicht langsam ja ich hab's halt nur mit dem forsch an mir zu sagen fuck und im festival könnt ihr mich halt easy festsetzen boah die haben sich gegenseitig nice over time in 3,2,1 jetzt muss der over time sein ja aber die sind glaub ich noch an mir dran das muss ich geschickt die haben sich grad gegenseitig abgedingst das könnte mir mein leben retten wenn ich das jetzt geschickt mach ja fuck der ist noch zu nah dran er sieht mich noch das zählt nicht als gerettet glaub ich ne sich kontakt ist noch da halt mal schauen was für move ray macht das was mich wahrscheinlich tötet aber ist egal gegen allrad lambo jetzt weiß nicht ob das so geil ist aber hier muss man ja versuchen aber das krasse ist halt wirklich ab dem punkt wo das fahrzeug nur ein prozent motorschaden wirklich ein prozent hat er spürbar weniger top speed gehabt also das hat anscheinend richtig böse reingekillt natürlich war das da Andi auf mich ja gut Leute hast du dich gut auch schon das ja sehr gut also ich glaube ich kann es schaffen wenn ich Glück habe die quasi über die Zeit vielleicht hinter mir zu halten aber so sicher bin ich mir nicht natürlich hat er es gesehen ach man als ob die Bremse versagt was das hier kann aber gar nicht mehr gebremst das war natürlich jetzt äh semi geil war geil auch aber ja gut das ist jetzt halt blöd ich bin gerade erst noch am losfahren und der crash dort voll in mich hin rein Aua ja das ist jetzt halt dumm es war halt klar dass wenn ich jetzt einmal da so irgendwo feststecke dass ich das nicht lange überlebe ja jetzt bin ich halt vorne alles kaputt ich bin halt auch voll in den Baum reingeknallert ne sind glaube ich alle bei mir oder ist immer noch der 959 bei dir? ja 959 der ist hartnäckig an mir dran ok aber der hat sich auch mal wieder gegen den Baum gesetzt typisch da kommt sie wo sind die jetzt? ähm ähm oh langsam lassen wir ja meine Reifen nach die Bremse ist komplett weg was ist da los? die Sink bremst gar nicht mehr es ist schlimmer wie jeder LKW hey Ray du bist safe ja ok danke für das Anstieg in Porsche danke für das Anstieg in Porsche dann gucken wir doch mal was bei Bluto noch geht haben die jetzt abgebrochen? weil das war irgendwie so nach der Aktion von vom M4 waren die auf einmal gefühlt wollen die nicht mehr mitfahren oder so keine Ahnung ja zwei haben die hinterher und dann bist du rechts abgebogen und sie sind gerade ausgeschossen ja ok hey ich hab mal 12% Motor als in der fünfte von denen auch noch gerade ausgefahren ist ja war die Sache durch ja wie viel Zeit hab ich denn noch? eine Minute also Ray du bist sicher oder bist du raus? ne ne ich äh ich bin sicher raus also nicht raus raus sondern sicher raus ja alter KI ein komm wieder so jetzt bist du im Broadway unten ist er ich kann im Bereich die Drohne nicht so weit gehen ja was ist denn das jetzt schon für den Netzwerk scheiße dann gehen wir halt auf die Karte Klausel Shikori vielleicht wird das in FH5 auch noch mal optimiert ja oh Gott da kommen jetzt ja alle eine Minute au das wäre jetzt sehr krass gewesen wenn ich keiner getroffen hätte das sieht nicht gerade gut aus na jetzt ist da so eine scheiß Palette ja ok ist ghosting komm da bin ich jetzt fair da bist du jetzt fair und er lässt ihnen auch die Chance dass sie sich ghosten können na ich wurde da war jetzt halt eine Palette und ich wurde jetzt halt dann doch geghostet heißt ich hätte jetzt wieder schon durch alle durchfahren können aber ok ok also 37 Motor umher nicht ja ja Motor war bei mir auch irgendwie weird weil es war so kaum Motor aber trotzdem war die Leistung oder zumindest mal so ab 200 quasi weg ja ich weiß das klingt jetzt wieder total komisch ich habe 200 gegen mehr aber ging ja ganz gut noch bis 72 oder so naja egal gut wunderbar ähm wir wollen aber jetzt noch den Test machen dazu schiebe ich uns jetzt mal ganz kurz Moment mal kurz hier nochmal hier mal kurz zu den anderen sagen ich sneak mich mal ganz kurz hier noch rein weil Andi das willst du nicht verpassen wir haben es leider in der Folge zweimal dreimal knapp verfehlt Acid Tu mir bitte einen Gefallen, komm mal zum Trackstrip auf den Mittelstreifen und bitte fahren mir mal entgegen. Wir haben uns so oft so knapp verpasst, diese Rampenaktionen, das müssen wir jetzt einfach mal machen. Wir müssen es jetzt mal durchziehen, wir müssen uns jetzt mal frontal treffen. Lass uns das nicht mehr angucken. Ey, wir haben uns echt zwei oder drei Mal so knapp verpasst die ganze Zeit. Ich habe immer gesagt, ey, wenn das mal dazu kommt, ich glaube, es könnte jemand abheben. Moment, ich präpariere das nochmal ganz kurz. Ich lege das Auto nochmal vorne vielleicht ein paar Millimeter tiefer, aber... Das ist ja, ich meine vorne höher legen. Ja, von mir aus, komm, alles für die Wissenschaft. Wir müssen vor allem weicher machen. Alles für die Wissenschaft. Das machen hinten ganz weich. Ich hoffe, die Klappscheinwerfer stören jetzt hier nicht mit dem Experiment. Ich lege den vorne mal nach höher. Das wollen wir uns jetzt nicht hingehen lassen. Und in der linken Ecke haben wir Rhin, einem Kampfgewicht von 1,3 Tonnen in seinem Lammelgegutrasse. Und hinten ganz weich. Das Ding, das müsst ihr eh schon dann davon abheben. So, bist du da? Ich sehe nur so ein ganzes Fleck dahin. Ja, ich bin gerade, ich stelle gerade noch die ganze Augen. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Okay, auf geht's, oder? Drei, zwei, eins. Wo bist du gerade? Okay, da. Ja, genau. Los geht's. Oh Gott. Für die Wissenschaft. Na, schade. Oh. Forza ist langweilig. Aber ich kann dir was anderes zeigen. Ach nee, kann ich nicht. Jetzt bin ich kaputt. Sag mal, wie schnell kriegt denn der Kahn Schaden? 50% Motor. Gut. Oh Mann. Ja, aber gut. Dann soll das gewesen sein. Also das wäre wohl dann mehr oder weniger passiert gerade eben. Aber es ist leider nicht passiert in der Runde. Deswegen, das mussten wir jetzt noch nachholen. Und ja, dann war's das mit der Ausgabe, mit dem Crossover zwischen Wheelspin und CFR Broadway. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Gerade jetzt, wo am Ende das ja auch so ein bisschen getrennte Partien waren, sag ich jetzt mal. Ist euch mal ganz interessant auch zu hören, zu sehen, was so bei der anderen Seite so abging. Und ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Hat auf jeden Fall Laune gemacht, wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis. Ciao. Ciao.